Tagchen, A Grow Second Day hier vom Kölner CineDom. Hier wurde am Wochenende der supergeile, mega neue Toni-Kroos-Film als Premiere gelauncht und wir Produktleute, Startup-Leute, Marketingleute, was auch immer, wir können uns da was abgucken, weil wir launchen auch immer total viele Sachen, aber immer so und irgendwie nix passiert. Da kann man sich echt mal was abgucken. Ja, die haben mehr Budget, die haben mehr Reichweite, die haben mehr Agenturen und so, das stimmt, aber man kann trotzdem sich so pike genau mal so ein paar Sachen abgucken, wie zum Beispiel, wenn du einen Launch machst, bereite den gut vor, damit es dann auch richtig kracht, die richtigen Leute einzuladen, die richtigen Leute im Vorfeld, um Feedback zu fragen. Das gehört ja sowieso dazu, dass man im Vorfeld schon weiß, dass es funktionieren wird und dann kracht der Launch. Ja, da kann man sich hier was abgucken, auch ohne großes Budget und ohne großes Agenturnetzwerk und so, sondern die richtigen Leute im Vorfeld informieren, damit die deine Message mit raustragen. Das machen die hier ziemlich gut bei den Kinos und bei den Filmen. Tschüsschen!